Aber Hauptsache, man schmückt die Feindbilder aus. Feindbilder sind ja Dufte. Mit Feindbildern kann man sogar Weltmeere bewegen. Oder wussten Sie, dass Georgien am Atlantik liegt? Ich auch nicht. Aber Steinmeier war jetzt da und arbeitet an einem NATO-Beitritt Georgiens. Ich persönlich erwarte den baldigen NATO-Eintritt von der Mongolei, Tatschikistans und Perus. Und natürlich auch Lichtenstein, weil irgendeiner muss den Quatsch ja bezahlen. Natürlich dreht Steinmeier damit an der Eskalationsschraube. Stellt sich dann aber hin und sagt, er habe Verständnis für die Ängste der Bevölkerung vor einem Krieg. Jetzt hör mal zu, Bundesuhu. Du sollst kein Verständnis haben für Emotionen, die aufgrund falscher Politik entstehen. Du sollst richtige Politik machen. Aber Feindbilder sind natürlich wahnsinnig nützlich. Wenn man ein Feindbild hat, dann weiß man schon mal, wer an allem schuld ist. Und das ist gerade für uns Deutsche, die wir nie an irgendetwas schuld sind, ein grausartiges Gefühl. Beliebtestes Feindbild zur Zeit natürlich Putin, der Gutmensch, der Sozialschmarotzer, der Schwude, der Langzeitarbeitslose, die Inflation und die EU. Wenn Sie ohne nachzudenken, sich wirklich gut fühlen wollen, dann schaffen Sie sich am besten mehrere Feindbilder an. Wenn Sie also fest davon überzeugt sind, dass schwul-lesbische, arbeitslose EU-Freunde mit inflationärem Migrationshintergrund schuld an allem sind, dann fühlen Sie sich als aufrechter Mensch und nicht als das reaktionäre, hasserfüllte Arschloch, das Sie in Wirklichkeit sind. Und wenn Sie jetzt sagen, toll, so ein Feindbild, ist ja super praktisch, wo kriege ich denn sowas her? Ganz einfach, Feindbildmalen ist der einfachste Kurs an der Volksunterdrückungshochschule. Ich zeige Ihnen mal, wie einfach es ist, sich ein Feindbild zu malen. Herr von Wagner? Ja? Ja, machen Sie mal auf. Wer kommt denn jetzt noch? Ah, der Russe steht vor der Tür. Ich mach mal auf, ja? Herr von Wagner, lesen Sie keine Zeitung? Was? Wir müssen uns verteidigen. Ja, aber wieso denn? Der sieht doch ganz friedlich aus. Vielleicht will er einfach nur mitmachen bei Europa. Ne? Ich red mal mit ihm. Der lässt nicht mit sich reden. Das ist ein Soldat. Den hat Putin geschickt. Russische Soldaten erkennt man jetzt immer daran, dass sie keine Uniformen tragen. Wissen Sie, ich red einfach mit ihm. Ich will verstehen, was er will. Ja, halt erst. Erst kommt das Verstehen, dann das Nachgeben. Und hast du nicht gesehen, liest Ihre Tochter nur noch Tolstoi. Hören Sie mal. Also Krieg und Frieden ist ein herausragendes Werk der Weltliteratur. Ja, der Idiot auch. Okay, jetzt hören Sie auf. Halt! Herr von Wagner, ich mache mir ernsthaft Sorgen um Ihre Werte. Ich muss das mal überprüfen. Setzen Sie sich mal hier hin. Okay, ja. Ich habe wirklich Angst, Ihnen die Sicherheit dieser Anstalt weiter anzuvertrauen. Ah, was ist das denn? Keine Sorge. Das ist ein Original-Ivanometer aus dem Jahre 1962. Beginnen wir mit der Untersuchung. Herr von Wagner, ich zeige Ihnen jetzt ein Bild. Sagen Sie mir, wo ist der Unterschied? Äh, ich sehe keinen. War das jetzt falsch? Links sehen wir friedfertige Bürger, die ein besetztes Regierungsgebäude befreien. Die gehören zu uns. Rechts sehen wir gewaltbereite Militaristen, die brutal ein Regierungsgebäude besetzen. Ja, aber die machen doch beide dasselbe. Ich meine... Au! Hören Sie mal auf. Es kommt nicht drauf an, was man macht, sondern wo man es macht. Ja, aber gut und böse ist doch keine Frage der Geografie. Ach nein? Noch ein Bild. Schauen Sie sich's an. Beobachten Sie die Entwicklung und sagen Sie mir, wo ist der Aggressor? Ah, das ist einfach da links, die NATO. Das wird ja immer größer. Das ist richtig bedrohlich, ne? Oh, da! Ja, was? Falsch. Der Aggressor ist selbstverständlich hier. Was? Wo? Ich sehe den gar nicht. Na, da! Die Krim, die brutal von Russland einverleibt worden ist. Ja, aber das andere ist doch viel größer. Ja, aber die Krim wurde brutal annektiert, während sich die NATO... ...friedlich erweitert hat. Und deshalb? Deshalb darf Russland das nicht als Aggression sehen, weil die anderen Länder sich ja nur aus Angst vor Russland freiwillig der NATO angeschlossen haben. So freiwillig, wie sich die Krim Russland angeschlossen hat. Oh, wieso denn? Was war das jetzt schon? Aber Putin hat doch nur wählen lassen, weil er gewusst hat, wie es ausgeht. Ah, verstehe. Wie in Bayern. Die Krim, die Krim durfte sich nicht von der Ukraine unabhängig erklären. Das verstieß gegen das Völkerrecht. Ja, Moment mal. Schottland will sich doch auch in einem halben Jahr unabhängig erklären. Ist das dann auch verboten, oder? Nein, das ist ein Notfall. Niemand darf gezwungen werden, englisches Essen zu essen. Ich hab mal gelesen, es gibt gar kein allgemeines Verbot gegen einseitige Unabhängigkeitserklärungen. Wer sagt sowas? Offensichtlich jemand, der von Völkerrecht nicht die geringste Ahnung hat. Ja, der internationale Gerichtshof zum Kosovo. Kosovo und Krim kann man nicht vergleichen. Schauen Sie, Barack Obama hat es doch erklärt. Im Kosovo hat unter Aufsicht der UNO ein Referendum stattgefunden. Ach so. Aber warum war ein Referendum im Kosovo okay und auf der Krim nicht? Weil es im Kosovo nie ein Referendum gegeben hat. Ah, weil es im... Was? Dann hat Obama an der Stelle gelogen? Ja, aber das so klingt, ist ein bisschen Amerika-feindlich. Ja, Entschuldigung, wie soll man es denn sonst ausdrücken? Was jeder Kriegsgrund des Westens in den letzten Jahren war, im Nachhinein hat sich als Lüge entpuppt. Ja, was hier, Kosovo, Irak-Krieg, 1 Irak-Krieg, zwei Massenvernichtungswaffen, Hunderttausende von Toten. Ich meine, ganz ehrlich, wie soll man dem Westen überhaupt noch irgendetwas glauben? Sie müssen dran glauben. Aber wenn das alles bisher eine Erfindung war, dann sind doch auch unsere westlichen Werte nur eine Erfindung. Nein, nein, nein. Unsere westlichen Werte, also Abstimmungen... Lügen, Massenvernichtungswaffen... Genau. Die dürfen nicht in die Hände der falschen Leute geraten. Ah, und deswegen darf Putin nicht das Völkerrecht brechen oder lügen oder wählen lassen. Obwohl er es tut. Denn wenn die Bösen etwas Böses machen, ist es böse. Wenn die Guten etwas Böses machen, ist es gut. Und wir sind die Guten. Jetzt habe ich endlich diesen Film verstanden, Captain America 2. Da wird jemand gefragt, doch, soll, da wird jemand gefragt, wie kann ich die Guten von den Bösen unterscheiden? Und er sagt, wenn sie auf dich schießen, sind sie böse. Yes, ihre Werte sind wieder vollkommen in Ordnung. Ach, das sieht sich gut aus. Das ist ein Stück frei in den Kopf.